Superschnelles Color Grading mit kostenlosen Vorlagen, darum geht es in diesem Video. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Jedes Video sollte ein Color Grading erhalten. Neben der emotionalen Wirkung ist das Ziel ein einheitlicher Look in der Farbgestaltung. Kein Profi würde auf die Idee kommen, einen Film unkorrigiert zu zeigen. Zum Glück kann ein neuer Farblook von jedem Filmemacher leicht und schnell umgesetzt werden, sogar mit kostenlosen Vorlagen. Am einfachsten geht das mit sogenannten LUTs. Diese Lookup-Tabellen sind vereinfacht gesagt eine Matrix für Farben. Damit definieren Sie zum Beispiel, dass ein bestimmter Rotwert im Material zu einem Erdbeerrot wird oder zu einem lila Farbton wechselt. Wenn Sie mit flachen Gammakurven logarithmisch aufzeichnen, kennen Sie Lutz bestimmt. Ich bin bereits in meinen Lernkursen zur Farbkorrektur ausführlich darauf eingegangen. Daher vertiefe ich das jetzt hier nicht weiter. Lassen Sie uns gleich in die Praxis einsteigen. Bestimmt fragen Sie sich, woher bekomme ich Lutz? Wenn Sie den Begriff googeln, erhalten Sie reichlich Treffer. Das Team der Filmpraxis macht es Ihnen aber noch leichter. Besuchen Sie unsere Webseite. Dort finden Sie eine Linksammlung. Hoffentlich kennen Sie diese, denn sie ist reichlich gefüllt und ständig kommen neue Links zu. Und hier hat das Filmpraxisteam Ihnen auch eine ganze Reihe von Webseiten zusammengestellt, wo Sie kostenpflichtige oder aber auch kostenlose Lutz herunterladen können. Ich gebe Ihnen ganz konkret ein Beispiel. Dazu wähle ich hier die Sammlung von OnOne. Der Hersteller spendet hier eine ganze Reihe von Lookup-Tabellen, die thematisch im Paket zusammengestellt sind. Wir können diese ganz einfach herunterladen, indem Sie hier auf Download klicken. Dann müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben und Ihr Land hier einen Haken setzen und dann hier auf Download Now klicken. Zwei Dinge sind wichtig. Zum einen ist der Download hier direkt gestartet und die Datei von diesem Thema ist auch schon heruntergeladen. Zum anderen bekommen Sie einen Hinweis, dass Sie hier eine E-Mail an die angegebene Adresse bekommen haben und dort sind alle Links zu den gesamten Paketen enthalten. Sie müssen also nicht hier jedes einzelne Paket herunterladen. Das Ganze sieht dann so aus. Hier können Sie dann einfach auf Download gehen und dann wird das Paket heruntergeladen. Wenn ich die anderen Pakete haben möchte, dann wechsle ich wieder auf die E-Mail und klicke hier auf den nächsten blauen Link. Nach dem Download öffnen Sie einfach Ihren Download-Ordner und hier finden Sie sämtliche Tipp-Pakete. Diese müssen Sie natürlich erstmal entpacken. Dazu klicken Sie mit der rechten Mauslaste darauf und wählen zum Beispiel alle extrahieren. Ich habe jetzt alle ZIP-Pakete entpackt und diese in einen speziellen Ordner hineingeschoben, damit ich sie bequem wiederfinden kann. Schauen wir kurz mal in so ein Verzeichnis hinein. Dazu wähle ich jetzt einfach mal hier Landscape, also Landschaften. Bei diesem Anbieter gibt es drei Unterverzeichnisse für verschiedene Programme. Mich interessiert hier nur der letzte Ordner, denn hier finde ich die sogenannten Cube-Files und jeder dieser Cube-Dateien entspricht jetzt einer Lookup-Tabelle. Und wie Sie das Ganze anwenden, zeige ich Ihnen jetzt den EDIUS. Hier verwende ich die Version 9. An dieser Stelle schon mal einen Tipp. Es gibt noch ein anderes Video von uns, wo wir erklären, wie Sie Ihre eigenen Lookup-Tabellen erstellen und zwar mit einem Grafikprogramm. Den Link zu dem Video finden Sie hier unterhalb in der Beschreibung und ich verlinke den Clip auch am Ende dieses Videos. Die Anwendung ist denkbar einfach. Ich habe jetzt hier einen Clip drauf liegen. Der sieht schon ganz gut aus. Ich hätte aber ganz gern eine etwas andere Farbwirkung. Und alles, was ich dazu machen muss, ist hier in den Effektbereich hinein wechseln. Dann hier unter Video-Filter auf Farbkorrektur klicken, damit ich hier die Filter für die Farbkorrektur sehe. Und jetzt finden Sie ganz unten den Filter Primäre Farbkorrektur. Diesen ziehe ich mir jetzt auf meinen Videoclip und öffne ihn mit einem Doppelklick. Lassen Sie sich nicht irritieren. Hier kann man wirklich eine ganze Menge machen. Es ist sehr einfach und wird in den Lernkursen ausführlich beschrieben. Uns interessiert jetzt hier an dieser Stelle nur hier die Ziellatt, denn hier kann ich angeben, wie das Quellmaterial am Ende aussehen soll. Im Moment habe ich hier den BT709 Bereich sowohl als Quelle wie auch als Ziel definiert. Deshalb gibt es hier noch keine Veränderung. Wenn Sie hier draufklicken, bekommen Sie schon eine ganze Menge an Vorlagen angezeigt. Wir möchten aber die Luts verwenden, die ich gerade runtergeladen habe. Dazu klicke ich hier auf dieses Zahnrad-Symbol und hier kann ich von einem beliebigen Ordner neue Lookup-Tabellen hinzufügen. Und hier öffne ich jetzt den Ordner, den ich angelegt habe. Und da ich meine Farben im Film verstärken möchte, wähle ich hier den thematischen Ordner mit Colorboost, denn hier erwarte ich dementsprechende Lookup-Tabellen. Ich markiere mir alle mit gedrückter Maustaste und klicke auf Öffnen. Dann bestätige ich hier oben das kleine Fenster mit OK und auch dieses Fenster bestätige ich mit OK. Und das war's auch schon. Wenn ich jetzt wieder hier bei Ziel-Latt hinein klicke, bekomme ich jetzt am Ende meine neuen Lookup-Tabellen angezeigt. EDIUS hat sie also direkt importiert. Und jetzt kann ich einfach mal direkt darauf klicken. Achten Sie mal oben links hier auf das Bild. Sofort ist eine Veränderung sichtbar. Und die einfachste Methode jetzt die verschiedenen Lookup-Tabellen zu testen ist, indem Sie hier hinein klicken, wählen hier die oberste Tabelle und jetzt klicke ich einfach mit den Cursor-Tasten auf meiner Tastatur, also den Pfeiltasten, nach unten. Und achten Sie mal hier oben darauf. Die Namen ändern sich und dementsprechend ändert sich hier auch mein Videobild. Das Videobild kann ich mir auf meinem zweiten Bildschirm auch im Vollformat ansehen, um noch die Wirkung besser beurteilen zu können. Ich klicke jetzt mal weiter durch. Hier wird das Ganze etwas lilafarben, purple. Ich entscheide mich hier aber für diese Orangetöne. Wenn ich einen direkten Vergleich haben möchte, dann kann ich hier unten reinklicken. Und hier bei 50% mit gedrückter Maustaste mich bewegen, dann sehen Sie hier, wie es vorher ausgesehen hat und wie es nach der Lookup-Tabelle aussieht. Links ist die Veränderung. Das ist schon ein deutlicher Unterschied dafür, dass ich wirklich keine Arbeit damit hatte. Ich bestätige das mit OK. Ich kann hier auch die primäre Farbkorrektur ausschalten, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu haben. Das war es auch schon. Ich denke, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, das ist wirklich einfach. Was aber, wenn ich sehr viele Clips habe, dann müsste ich ja diesen Filter auf jeden dieser einzelnen Clips legen. Das schauen wir uns in einem weiteren Beispiel an. Dazu wechsle ich hier mal in die Sequenz Winter, denn hier habe ich eine Reihe von sehr schönen Winteraufnahmen. Und diese möchte ich ebenfalls im Look anpassen. Die Vorgehensweise ist die gleiche. Ich gehe in meine Videofilter hinein, wähle die primäre Farbkorrektur, öffne diese, klicke hier auf Ziel, LUT und wähle jetzt als obersten Wert einfach mal hier Landscape 1 aus und klicke mich jetzt wieder mit den Pfeiltasten durch. Und dann sehen Sie schon, dass hier oben doch erhebliche Unterschiede im Bild zu sehen sind. Damit Sie den Unterschied deutlich sehen, entscheide ich mich hier für einen kontrastreichen Schwarz-Weiß-Look. Ich klicke auf OK. Und wie wir im ersten Beispiel gesehen haben, ist jetzt hier diese Lookout-Tabelle auf dem ersten Clip. Allerdings nicht auf den anderen Clips. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte ich jetzt darauf achten, dass der erste Clip hier aktiv ist, wo die Lookout-Tabelle liegt. Und jetzt könnte ich mir die hinteren Clips einfach markieren und meine Lookout-Tabelle beziehungsweise den Filter einfach hier auf die markierten Clips legen. Jetzt sind ebenfalls alle diese Clips schwarz-weiß. Das ist eine Möglichkeit, aber hier waren es ja auch nur sehr wenige Clips. Wenn ich jetzt viele hundert Clips habe, wäre mir das zu aufwendig. Und vor allem möchte ich auch flexibel sein, wenn ich etwas austauschen möchte. Denn vielleicht gefällt mir der Look aber nicht meinem Kunden. Ich mache das nochmal rückgängig. Das ist wieder das Original. Und jetzt wähle ich einen etwas anderen Weg. Ich erstelle mir eine neue Sequenz. Dazu klicke ich hier mit der rechten Maustaste und wähle Neue Sequenz. Mach hier einen Doppelklick drauf. Jetzt öffnet sich hier eine leere Timeline. Und wir haben ja gesehen, dass unter Winter die sämtlichen Clips versammelt sind. Und alles, was ich machen muss, ist jetzt die Sequenz Winter in die neue Sequenz hinein zu ziehen. Hier liegen jetzt meine ganzen Clips drin. Mit dem Vorteil, dass ich nur einen langen Clip habe. Und Sie ahnen es bestimmt schon, denn jetzt brauche ich nur noch die Lookup-Tabelle auf diesen einen Clip zu legen. Wähle unter C-Lat direkt meine Vorlage aus. Das war hier Black & White Nummer 6. Gehe auf OK. Und jetzt habe ich erreicht, dass auf allen Clips hier diese Schwarz-Weiß-Vorlage liegt. Wie gesagt, ein weiterer Vorteil ist, dass ich jetzt eben diesen Look ganz einfach austauschen kann. Und der gilt dann sofort für alle meine Clips. Mit Sequenzen in Ethis zu arbeiten, ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem Sie wirklich sehr schnelle Ergebnisse erzielen. Wir haben dazu alle Tipps in einem Lernkurs zusammengefasst. Wenn auch Sie sich für das Thema Farbkorrektur und Collar-Grading interessieren, dann kann ich Ihnen verschiedene Lernkurse empfehlen. Die Links dazu finden Sie unterhalb in der Beschreibung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie ihm bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nichts verpassen. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.